Wo ist der Randzahn? Dass die aber nichts anderes können, weißt du? Chalice, ja. AngelCoin? Naja. Oder? Weiß ich nicht, glaub ich nicht. Naja. Aber wir verlieren das eh. Das steht fest. Den Ezreal kann man einfach nichts tun, außer mit extrem halb... noch mehr Poke als er. Xerath zum Beispiel. Ja, da gibt es aber leider keinen. Xerath. Der macht extrem viel Schaden halt. Und wieder 2 auf Karte, typisch. Dann machst du wieder einen Adela. Aaaaahhhh...P. Du musst halt extrem Tanki werden. Ja, Road of Age muss dann direkt. Ja. Und schon für CDA, damit bestimmt Pocken kann. Weil eigentlich machen wir auch relativ viel an mit dem Subling. Wir machen viel Schaden, ja. Stimmt schon. Aber wir dürfen uns halt nicht töten lassen. Und nicht Greedy werden. Mh. Zu einem anderen Scheiße. Dieses Drecks wegblinken, mann. Behindert! Warum steht da einer rum, mann? Total dumm. Abwohl, Ezra jetzt kann ziemlich gut sein. Gleich gewinnen wir das sogar. Also, nicht nur vielleicht, wir gewinnen das. Definitiv. Das alles kommt überhaupt gar nicht in Frage. Ja, warum läuft der nicht zu dem, der nahe ist? Das habe ich ihn, ne? Scheiß wohl im Subling. Gar nichts. Dass er sich nicht umentscheidet, ne? Meinst du? Ja, ja. Ja. Wir machen ziemlich gut Schaden, na ja. Er läuft in den Stapling rein. Nicht Greedy werden. Bloß nicht Greedy, dass das alle die einzigen Fehler immer machen könnten. Ich meine ja die anderen. Ich hab zu den Schuhschauern gesprochen, weißt du, Cristallo? Rollt es der. Patsch! Und in den nächsten! Patsch! First Blood! Ja, Pyron hat gut aufgepasst. Was ich vom Rest des Teams nicht behaupten kann. Nein, schwarz. Fuck you. Alter, drei Step links. Leute. Jetzt blinken die sich. Interessant. Wow, wow, wow. Ist halt auch richtig krank, dass wir uns die ganze Zeit einfach hochgehen können mit unserem scheiß Outdoor Attack. Das stimmt. Vor allem, wir laden uns gegenseitig selbst auf, das ist total geil. Ja. Ich glaub. Patsch! Patsch! Leute, ich hab Tower gefressen, warum das denn? Hab ich gar nicht hingeguckt. Und der ist tot. Wow, wow, wow. Ich muss ein Outdoor machen, ich muss ein Outdoor machen. Ach, danke. Ah, das sieht ziemlich gut aus. Ja. Muss nicht greedy werden. Oh, kack. Okay. Wow. Ich will nur ein Assist haben. Soll. Hä? Da stand doch gar kein Zippling mehr von mir rum. Da hinten. Also. Ganz hinten. Hier. So lange ich gechased? Da wurde nicht ausgelöst. Da war halt keiner. Vorher. So. Okay. Na gut, nice. Komm, ein Charge noch. Dann hab ich dann. Ein Heal. Geil, Alter. Okay, also er kann genau, okay wirklich kaum was zu... LOL. Der getroffen hat, war meiner. Fuck. Mich. War der nicht. Wow, wie greedy sie werden. Ich hab keine Mana mehr. LOL. Wie auch immer der geschleudert wird. LOL. Ich konnte den Zippling nicht angreifen. Äh, den Minion. Tower. Tower. Warte, wie die Minion ist aber getötet, wenn wir zu mir herlaufen. Alter, unsere Ultis am Ende. Naja, das sind nicht ganz so toll. Warum, warum seid ihr alle noch nicht? Stufe 6, WTF? Ach, die sind ja schon gestorben. Hä? Nein, bei uns ist noch niemand gestorben. Ich bin schon Stufe 6 und die nicht. Hä? War noch in Stufe 6. Ist ja doof, wenn ich meine XP mehrst du nicht mehr dabei hab. Ja, weil ich bin schon Hälfte von... Ja, weil du ein Kill von ganz allein bekommen hast. Ach ja schon. Kacklapp. Ja, Entschuldigung, dass du mich nicht an alles erinnern. Doch musst du aber, weil du vor allem genau... Ah, nein, die Zipplings. Weil du vor allem noch gefragt hast. Nein. Einfach um die Damage zu reduzieren durch die Ulti. Nein. Doch. Nein. Oh fuck. Alter, machen die schon. Vor allem, wir sind jetzt nicht Level 6. Da musst du irgendjemanden Ulti casten. Da musst du ja 20% weniger schaden. Ja, fünf sind die noch. Böse böse. Krack Minions, Alter Die machen ja gar keinen Schaden Dammit Und dann kaufen wir uns erstmal einen Zikas Und einen Katalysator Und Boots Und das und dann kaufen wir leider das noch Sieht doch schon mal gut aus Oh, der Arme Was machen wir da hinten, Mann? Keine Ahnung, was haben wir denn? Einmal den Tower angreifen Hat den Schaden Oh, da kam der unsichtbare Ezra-Ulti Nice one Ulti, Ulti Wir machen die keinen Schaden Relativ wenig Aua, Aua Oh, da ging der Schaden Ha, 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 Ha Ah, Alter, der Seppling Huch, Blutsch Huch, Blutsch Ha, Ha, Lol Waited, Viatch In der Welt sagt, die sollen nicht gut hier werden, aber nein Das ist mein Oldie Ich geh vor Dankeschön Nol Nol Nol, Ult Nol, Ult Nol, Ult Nol, Ult Nol, Ult Willst du denn, du Ratte, Alter? Ha, 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 Nein Ein Penner, ja. Oh, holy shit. Sei da nichts ready, sonst würde ich dir mehr helfen. Boah, die Schuhe ist nicht ganz so toll. Cooler Reaktion! Oder? 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 Oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wir sind immer Sargs-Meister. Du hast nicht hergejumped. Oh, da steht wieder einer AFK rum, Alter. Jetzt mach was, du kleiner Wichser! Mein Gott, so viel Dummheit. Steht 1-4 und dann kriegt er nichts auf die Reihe. 1-4, nicht 1-4. Was? 1-1-4, nicht 1-4. Ist egal, alles das gleiche. Ulti 1? Jo. Da kommen gleich noch ein paar mehr. Wahrscheinlich. Zweiter Ulti raus. Dritte? Nein, aber das war meine Ulti. Zweite Ezreal Ulti schon, ist schon richtig. Hä? Wieso, was meinst du jetzt? Drei Ezreal Ultis raus. Ja, aber warum hast du denn bitte gesagt? Hab ich doch gar nicht. Wie, bitte gesagt gerade? Nein. Oder? Doch. Manchmal hast du bitte gesagt. Auf keinen Fall. Nö. Auf keinen Fall. Jaaa. Vierter Ulti. Vierter Ulti. Ah, okay. Shhh. Das erste Ulti wird glaube ich so... 10 Sekunden danach kommen. Wovon waren die die Rediwut waren. Ich wusste nicht drauf haben. Fuck! Dibisch, die Bisch! Und mein Zeppling. Nö. Nö. Sada. Ich wollte nur fein nicht mehr. Wie er mit daherläuft, in der Hoffnung er kriegt noch was, Alter. Verpiss dich, du Ratte. Na, bin ich eiskalt. Wenn's ums Kill geht, okay, alle Ezrotis raus, je nach... Denk ich jedenfalls. Fünf Rotis hab ich jetzt gesehen. Könnte auch sein, dass das schon wieder die nächste war. Unwahrscheinlich, ja. Okay, das war schon die nächste, ja. Komm her, du Schisser, Alter. Du machst gar nix. Tschüss. Killing Spray. Wow, ist Brokenschaden beim Varus an, Alter. Vielleicht der nächste zurückkommt, theoretisch. Könnte ja, aber macht mir eh keinen Schaden. Ist ja das Tolle. Pass auf den... Oh Gott. Oha. 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 Nein, ich ford den zum Auto attacken. Ja, so stark bin ich nicht im Auto hinten. Scheiß AP-Ads, Alter. Mal sterben, ich hab das 5500 Gold. 1700 nur. Lor... Gre... Was? Greldinard. Da ist der... Oh. Greldinard. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Er läuft direkt in die Ulti. Die hab ich nicht gesehen, so. Okay, tschüss. Komm, wir zuvor, wir zuvor, hä 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 hä. Schisser, Alter. Nächste Ulti raus. Ah, das war nicht Werf. Oh, fuck. Aua. Schuss. Oh Gott, das bin ich aus der Base gelaufen und hab mir keine Close Armor mehr gekauft. Natürlich schlecht, ne? Neu. Ja. Mist. Wow! 44 Leben hat gereicht, 44 Damage hat gereicht, ernsthaft? Dumm, Alter. So dumm. 30% CDR. 40. Mein Gott, ey. So inkompetent. Jetzt hab ich mal Schaden bekommen. Was für'n Loser. Volticon, vorsichtig. Ne, keine Ahnung, ich guck da nicht hin. Ich klicke immer nur nach vorne. Jetzt hab ich mir einen Flash gewastet, ey. Was für'n Scheiß. 44 Damage ist klar, ey. Mann, wir haben ein paar Messerblings noch. Allian, das wär auch nicht schlecht, glaub ich. War auch ziemlich gut Damage. Oh, das geht. Ich mag die anderen im Allgemeinen nicht so. Klar, macht's irgendwie... Auf Cassiopeia find ich's ganz gut, klar. Aber sonst, weiß ich nicht. Alter! Nein! Stop, Gamer! Ich hab meine gleich schon wieder ready. Meiner! Meiner! Oh mein Gott. Wie sie einmal einen Pyrenead nicht wollen. Oder wollen. Je nachdem. Äh, sie können nicht. Das ist das Problem. Weil er tot ist. Lol. Nein! Jaaa! Genau! Wie er sich ihn nimmt, Alter! Du Geizkragen, Mann. Ich hoffe, er stirbt. Dann müsst ihr erstmal die Tower machen. So, zum Beispiel. Lol. Hast du den Flash gesehen, Mann? Ne, von wem. Von mir. Okay, ne hab ich nicht. Ich bin zu ihm hingedingsbumst. Wollen wir töten, Gok? Komm mal bei. Oh genau, Mann. Hahaha. Okay. Ich bin zu ihm hingeweht. Dann kam die Ashwold. Ich bin Insta da rausgefärscht, hab zum Glück keinen Schaden mehr bekommen. Oh, lau. Das hat da jetzt nicht so geklappt, aber... Naja. Jetzt kommt doch locker gleich noch einer. Wer hat die Shoot? Das ist Willy. Süß. Stimmt, wir sind noch 4 Ezreal's. Die, mein ich. Ja, wir sind noch 4 Ezreal's. Ja. Chaos Maus, boring. Also ich finde ganz interessant. Noooi. Der geflasht hat dann noch ge-ed, oder? Ne, nur nach... Nur ge-ed. Haha, ich hätte einen Scheiß wehen, Alter. Ihr Kack-Wixer. Hahaha. No, wie viele Zepplings, Mann. ... Gib mal foram? OH 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 OHOH omghhhohhhh hohhhhhh! Ich denke ich ungern sterben. Ich auch nicht. Ok,�ung requirements. Ai BITCH. Nein, meiner, meiner, meiner... Ja. Na ja.이에 nhjj. Lass player, lass player. Ja, viel wär so irgendwas eh doof. Aha. Aber egal, er war am Anfang die ganze Zeit da, wenn er jetzt die ganze Zeit aufgekabt hat. Warum ist langweilig? Wenn wir gegen Ezreal spielen, dann ist es genauso langweilig, wenn wir kein Mau haben oder so. Ah ja.